Das ist so geil. Seht ihr den Sound? Dann ist alles schön. Was ich sagen wollte, ist folgendes. Ich habe gerade einen schönen Film gesehen. The Steel Man heißt der. Der Stehlander soll das wohl heißen oder so. Man nannte ihn auch sowieso. Ist scheißegal. So sieht der nicht. Auf alle Weise war das eben sehr, sehr schön. Warum? Naja, keine Werbung. Ich liebe das, wenn Filme ohne Werbung sind. Finde ich gut. Ja, aber ohne Werbung. So ist das, Leni, richtig gut. Und es hat die Rons. Wie scheiße ist das? Ich wollte ihn immer verlocken, den Subwoofer noch ranzumachen. Ja, aber hat er nicht gemacht. Schade. Hätte ihm zu lange gedauert dabei gesagt. Ja. Ja, okay. War auch so gut. Ist ja wie Kino da, wa? Wie Kino. Voll geil. So. Naja. Was fällt mir noch schönes ein? Naja, ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, äh, ist ne schöne Theorie. Bis dann. Okay. Das ist doch geil. Ja. Alle da draußen. Wünsche ich ausnahmsweise mal einen schönen Abend. Also, Abend ist ja schon vorbei, aber ich wünsche euch eine zauberhafte Nacht. Oder Nachtruhe. Beides ist ja drinnen, ne? Die Ehen müssen arbeiten, die anderen, äh, amüsieren sich, ja, irgendwo. Ja, ist ja, äh, früher war ja, äh, im Sound, ähm, äh, Sonntag ein müter Tag, ne? Da hinkt jetzt schon um Fünfe los. Ja, also 17 Uhr. Das hat der Alte extra gemacht, ja, damit die Kleen auch mal in der Disco, äh, gehen können, ja. Fand ich gut. Ich fand den Alten sowieso gut. Den hätte man nie verjagt. Also, dass man den verjagt hat, ja. Das war der größte Fehler, ja. Dann wollten die den ja auch noch umbringen in Brasilien. Die müssen echt ne Macker haben. Haben die nicht gewusst, dass das nicht klappt? Hätten sie mich doch gefragt, hätte ich gesagt, also Kinder, braucht das ja nicht erst probieren. Hahaha! Aber, das Schlimme ist immer, mir glauben Sie das ja nicht. Ich bin ja, wo ist der kleine Spinner? Ja. Der Säufer. Aber Säufer war es nicht mehr. Und das Schöne ist, ich kann nicht. Tomala, Tomala, wo immer du bist, also ich knuck dir das jetzt, ja, was ich mir dazu mal, das kann ja auch, also siehst du, ich werde das nie vergessen, ja, du konntest mir Wort für Wort wiedergeben, was wir mal vor zehn Jahren gesprochen hatten. Also das hat mich echt umgeholen und als ich dich gefragt habe, wie das jeder gesagt hat, naja, man muss seinen Geist schulen, dann geht es. So, schöner Schlusssatz, ja, ach so, hör mal, lieber Gott, ich danke dir.